Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American McGee's Alice. Hier im letzten Part haben wir uns hier einen Weg durchgebahnt und ein paar Monster besucht. Ähm, da wollen wir jetzt natürlich weitermachen, denn wir sollen die, äh, ich glaube, Einzelteile des Chaperwalkie-Stabes finden oder sowas war's, glaube ich. Wir nehmen mal dieses hier. Wie geht denn das? Hoppala. Okay, gut zu wissen. So, und jetzt? Verschwinde. Es dreht sich und dreht sich. Und ich kann's angreifen und es dreht sich. Schnell. Messer kommt zurück, so lang es ihm hängt. Yes. Das war Glück. Das war aber pures Glück. Also ernsthaft, das war echt pures Glück gerade eben. Äh, hier. Schnell. Oh Gott. Schnell. Gut. Ah, die Fächer sind kaputt. Die haben mich gerade total geflasht. Schlimm. So. Wir nehmen wieder unser geliebtes Messer. Wo sind diese Mistkerle? Okay. Erster ist kaputt. Hoppala. Der Zweite ebenfalls. F4, damit wir es haben. Hm, okay. So viel Action schon, so viel vertrage ich nicht auf einmal. Och nö. Das klingt nicht gut. Ach nö. Och nö. Warum? Wo ist es denn? Alles ist es kaputt. Jetzt wird nur noch das Zweite. Schnell. Dreh dich. Erstes Mal. Zweites. Hopp. Ach, verdammt. Messer kommt zurück. Los. Schnell. Jetzt. Sehr schön. Erstmal die hier einsammeln und dann die hier. Puh. Gut. Das haben wir. F4. Weil. Ich hasse diese Mistviecher. Dass sie mich jetzt hier nochmals erwarten, besser trag ich endlich. Ist glaube ich Mr. Hoog? Oh. Zu zerstören der Bosheit verderbten Palast, Alice nimmt von uns die schreckliche Last. Ja, die Stimme klingt ja grausig. Erst wenn du ihren Richter, den bösen Jabberwocki, ausgeschaltet hast, kannst du die Königin herausfordern. Und nur, wenn du seine Gefährten erledigst, ist der Kampf gegen ihn kein blanker Selbstmord. Warum? Wir kriegen mal Infos. Aber wir müssen... Einen Teil des Augenstabs habe ich. Wo sind die anderen? In alle Winde verstreut. Hast du sie alle, so ist ein Schachmatt möglich. Das weiße Königspaar könnte dir nutzen. Anspielungen auf Schach sind ja ganz nett. Aber es gefällt mir nicht, dass du mehr von meiner Mission weißt als ich. Das gefällt mir im Übrigen auch nicht. Ah, da müssen wir jetzt hin. Okay. Ah, noch so ein Viech. Wo kommen die schon wieder her? Ach, geht doch sterben ernsthaft. Die sind wieder zum Leben erweckt. Ist doch nicht wahr, oder? Ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Lauf ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Ich glaube schon. Ist doch wohl echt... Warum? Warum? Hä? Warum, verdammt? Lauf vier. Ich erwarte euch, meine Lieben. Wo bleiben die? Ich höre nichts irgendwie über... darüber. Irgendwie höre ich nichts. Kein Geschrei immer wieder. Wahrscheinlich ist es irgendwann wieder so weit, dass sie dann total laut in meine Ohren brüllen. Das Spiel hat manchmal so seine Macken. Es waren doch zwei Schrei-Viecher. Wo sind das zwei? Das kann's ja nicht sein, dass es nur eins ist. Da ist eins. Tot. Kommt noch eins? Nein. Vielleicht schreit's mir wieder die Ohren weg. Da werd ich mit euch. Da werd ich mit euch. Da werd ich mit euch. Da sind noch mehr. Wo kommen die jetzt alle her? Ja. Es ist grauenvoll. Ich sollte hier weg. Wo geht's eigentlich da hin? Da komm ich nicht lang. Gut, musst du wissen. Und wo geht's eigentlich da hoch? Und vor allem, was ist da oben? Wer ist da? Niemand. Nichts. Wir kommen da nicht hoch. Okay. So. Wir halten die Karten aber bereit. F4. Auäh. Nein. Nein verdammt. Ach nöööööö. Alles! Geh weh! jetzt höre ich wieder mehr. da muss ich lange. na, da komm ich her. ich mache es mir die fünf. ne die. ich höre schon wieder nichts. das ist grausig. gut. eiswand errichtet. monster kommt her. grauenhaft sag ich euch. richtig grauenhaft. da ist das Mistviech. fuck. aber gut zu wissen wo es jetzt ist. na toll. wie soll ich denn da vorbeikommen bitte? kommt es folgt es mir? scheint nicht so zu sein. ja wie komme ich denn da jetzt vorbei bitte? ey das spiel ist so dermaßen unfair das gibt es gar nicht. ey das ist doch grauenvoll. wieso tut man mir das an? wieso macht man ein spiel das so fucking schwer ist ernsthaft? war mit so miesen Mistviechern. und warum leben die jetzt alle wieder? so. wo bleibts? was ich kann meinem eigenen eis schaden? okay gut zu wissen. okay gut zu wissen. so. da drüben müsste es lauern. nein? ist es schon wieder zurück gegangen oder was? hm. da ist es nicht okay. aber garantiert ist es da. what? da ist schon wieder irgendwas verreckt. nein! ich will nicht! so. wo bleibts? wo bleibts denn? da ist es. hä? hier kommt immer dieses geräusch. obwohl nichts verreckt. hä? ich check's echt nicht mehr. ich check's gar nicht mehr. wo ist es? und ich hasse diese stelle. das ist eine echt miese stelle hier. hä? ist ja echt unglaublich. schon wieder verreckt. das kann es echt nicht sein. so. wo bist du? nein. du kriegst mich nicht. wo bleibst du? haust du schon wieder ab? fuck. mist. ja. wo bleibst du? jetzt ist es wieder weg. ist es wieder abgehauen oder was? da ist es. da ist es. nicht runterfliegen. nein! nicht runterfliegen hab ich gesagt. komm her. da ist es. fuck. ah. messer. schnell. wo war das? ich hab's gar nicht gesehen. da ist es. da ist es. da ist es. warten bis das messer wieder da ist. Runde Nummer 2. schön. das ist tot. Messer, komm wieder. komm. da wartet noch so ein Schreifiech auf uns. schneller speichern. wo bist du? Kaischviech. da bist du ja. und? sehr schön. ha. das haben wir doch ganz gut gelöst. so. gleich nochmal speichern, damit wir nicht alles nochmals machen müssen. das wäre wahrlich grauenvoll. okay. die brauchen wir nicht. hallo. spring gescheit. ich habe angst. ich habe angst, dass mich hier jetzt erwartet. ich hoffe, das sind jetzt wirklich nicht alle vier hier wiederbelebt. das wäre wahrhaft grauenvoll. das wäre richtig grauenvoll. das wäre richtig grauenvoll. so. okay, da müssen wir hin. da wurde es uns angezeigt, dass wir da hin müssen. dann gehen wir da auch hin. da haben wir ja schon vorgesagt, dass da alle tot sind. war gut, dass wir das im letzten Part gemacht haben. ja, mich auch. gut zu wissen. gut zu wissen. boah, geh nicht, Katze. äh, bin ich hier richtig? nein, ich bin hier falsch. okay. spiel mit den weißen. boah, kein Schaden. das überrascht mich. gut. 15... wir sind jetzt bei 15 Minuten. ich habe hier eine Stoppuhr laufen endlich mal, damit ich endlich mal die gescheite Zeit an. ja, zieh dich hoch, hopp. Tiramisu! zieh mich hoch! das bedeutet Tiramisu, ne? so, komm, rüber mit dir. ja. vielleicht nochmal speichern. ich weiß, ich speichere oft. habe ich jetzt mittlerweile von Dings übernommen. von Misao, was ja jetzt für mich jetzt beendet ist. aber für euch? hm, das ist die Frage. das werdet ihr sehen. so. das weiße Königreich. okay. das Land hinter den Spiegeln. oh. oh, okay. wir sind im Land hinter den Spiegeln. da müsste ich mir doch mal die Bücher wirklich reinziehen. das weiße Königreich. och, und die Ladezeit dauert mal wieder ewig. ach, 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 ja. so, wie war denn euer Tag? habt ihr irgendwas wunderbares erlebt? könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. wenn nicht, ist auch nicht schlimm. bin ich ja gewohnt. ja. äh, die Ladezeit dauert echt ewig. mir tut gerade Rücken weh. das ist grauenvoll. ja, ich habe zurzeit immer öfters Rüggenschmerzen. was ist denn jetzt da los? Fehler beim Herunterladen von diversen Updates. ja, wenn es Internet aus ist, dann ist das klar. warum will das jetzt alle Updates machen? das ist grauenvoll. ich habe die Stoppuhr neben mir laufen. deswegen sehe ich das gerade. Fehler da, Fehler da, Fehler da, Fehler da. mi mi mi. Fehler überall. Schlimm. so, jetzt. es ist dunkel. die Uhr tickt. oh fuck. Turm. F4. so, erstmal Lage checken. hi. jetzt hat sich irgendwo eine Tür geöffnet. schön wieder. das ist ein Wächter. und? macht er irgendwas? Wasser. da oben. irgendwie habe ich Angst. muss ich die denn töten? muss ich die denn töten? hallo? irgendwie habe ich das Gefühl nicht. was passiert denn hier? okay, nichts. hier kann ich nur schwimmen. und hier? der ist jetzt verrückt, oder? nö. ach, das war mein Messer, das wieder kommt. was passiert, wenn ich vor den Träte? greift der mich an? schaut mich so aus. hm. okay. kann ich dich denn töten? der blitze ich denn nur um? okay, das ist echt wahrlich gruselig hier. und merkwürdig und gruselig. alles weiß. und so viel Schach. hm, okay, passiert nichts. gut. dann mache ich hier mal nen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. bis dann. tschüss. alles. Leute.